Herr Bautz, Sie sind Produktmarktmanager Cabinet bei Lütze und zeigen in Ihrem Airstream-Test- und Simulationbereich hier auf der Hannover Messe unter anderem den neuen Airtemp-Online-Simulator. Was kann denn Airtemp? Airtemp ist ein theoretisches Schaltstellenberechnungstool. Ich habe die Möglichkeit, hier eine Temperaturberechnung durchzuführen. Und in Besonderheit, wenn man mit der Kombination mit unserem Airstream-Vertratungssystem arbeitet, hat man die Möglichkeit, hier ein homogenes Klima in einem Schaltschrank zu erzeugen und dieses auch zu ermitteln. Aber gibt es solche Anwendungen nicht schon länger? Ja, aber unser Airtemp ist etwas präziser. Wir teilen den Schaltschrank in drei Zonen ein und somit haben wir am Ende die Möglichkeit, auch drei Temperaturwerte zu erhalten. Können auch verschiedene Kühlmöglichkeiten simuliert werden? Zum einen freie Kühlung, zum anderen unser Erdblower und die Kombination Klimagerät oder auch Wärmetauscher ist auch möglich. Und wie einfach ist der neue Lütze Online-Simulator zu bedienen? Relativ einfach. Wir haben es absichtlich einfach und simpel gehalten, um in vier Schritten eine Temperatur und letztendlich auch ein PDF-Dokument zu erhalten. Vielen Dank, Herr Bautz.